Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frontiers of Pandora mit Operario von Holstron TV. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. Dankeschön fürs Dabeisein. Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Materialvideo. Wir befinden uns im Festtal, natürlich wieder am Standort des dicken grünen Punktes. Das ist also genau unterhalb dieses Bogens, ist dort eine Höhle. Und zwar habe ich endlich, endlich die ausgezeichnete Höhlenwurzel gefunden. So, mal sehen was uns der Amt der Zest sagt, in welche Richtung wir ziehen müssen. So, das ist also nach unten. Nach unten, ungefähr bei 25 wäre das auf einer Uhr. So, Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich denke schon, was knistert die ganze Zeit. Tschüss, bleibt schön gesund, habt immer viel Spaß. Eventuell ein Abo oder ein Like oder so, aber das wisst ihr ja selber. Ciao, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.